Für mich ist das Besondere an dieser Serie, dass ich so eine Erzählung von Sissy noch nie vorher gesehen habe und das für mich als Frau auch wahnsinnig spannend ist zu beobachten, wie viel man über Bande versucht hat zu lenken, wie viel Macht auch Frauen hatten und zumindest in dieser Erzählung, es ist ja immer noch Fiktion, was wir hier machen, das ist ja kein Dokumentarfilm, aber ich bin wahnsinnig stolz darauf, ein Teil davon zu sein und ich habe auch David ihm davor gesagt, dass ich das unfassbar interessant finde, was für eine Sissy kreiert wurde, die eben nicht nur versucht, schön und niedlich zu sein, sondern auch Eigenarten hat, die vielleicht in die Gesellschaft nicht reinpassen. Da bin ich Kathi Eisen wahnsinnig dankbar dafür, dass sie diese Rolle erfunden hat, weil als ich das Drehbuch gelesen habe, war für mich sofort klar, wenn ich jemanden spiele, dann möchte ich Leontine von der Puffy spielen, beziehungsweise aber, so haben wir sie dann auch genannt, wie sie wirklich heißt und für mich ist Leontine die Stimme des Volkes und sie ist eine wahnsinnig interessante Figur, die mehrere Masken hat und versucht für das Richtige auf dieser Welt zu kämpfen und ihr Wertesystem verändert sich im Laufe der Serie, was auch wahnsinnig spannend zu spielen war für mich und sie erkennt, was vielleicht wirklich Sinn machen würde, wenn man etwas verändern möchte auf dieser Welt und das vielleicht auch ohne Gewalt. Ich habe mich tatsächlich etwas, was ich selten so intensiv mache, sehr mit Leontine identifiziert, also mit Ava. Das fällt mir mal so schwer, Leontine zu sagen, weil das ist ja der Name, den sie angenommen hat. Ich weiß nicht, ob ich es genau so getan hätte. Ich würde mir aber wünschen, dass ich die Kraft gehabt hätte, so heldenhaft vorzugehen, wie sie es tut. Und wie gesagt, ich finde sie so eine der spannendsten Figuren in der ganzen Serie und es ist nicht leicht, das Richtige zu tun unter solchen Umständen, glaube ich. Und man muss da auch ganz stark bei sich bleiben, was ihr sehr schwerfällt und irgendwann wird sie halt von links nach rechts geschleudert und verliert halt den Boden unter den Füßen, bekommt Angst und möchte auch fliehen, aber entscheidet sich dann anzutreten. Es ist eine Mischung, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall ein Bauchgefühl-Mensch, versuche auf mein Bauchgefühl zu hören, auf die Weisheit, die einem wahrscheinlich auch von den Vorfahren weitergegeben wurden, aber dann mit dem Verstand, mir einen Plan auszudenken, wie ich dieses Vorhaben realisieren kann. Tatsächlich hatte ich öfter, immer öfter Rollenangebote nach der NSU-Trilogie. Da hatte ich eine Hauptrolle gespielt, die Semja Simsek. Aber ein Casting ist wirklich in die Arena steigen, zeigen, was man drauf hat, mit dem Nervenkitzel und sich der Situation stellen. Und das ist für mich wahnsinnig spannend und das möchte ich auch nicht missen. Und ich habe noch Castings und ich glaube auch, sehr viele hochkarätige Schauspieler haben auch Castings. Natürlich bekommt man Rollenangebote, aber es geht ja auch manchmal um eine Konstellation und um Energien, wie bestimmte Schauspieler miteinander funktionieren. Und für mich ist ein Casting auch wichtig, weil ich dann auch sehen kann, wie Regie geführt wird, auch schon beim Casting und schauen kann, kann ich mit der Person gut arbeiten oder nicht? Wird das anstrengend oder nicht? Und sehe ich das auch so? Oder also manchmal connecten wir uns ja auch nicht und das ist immer eine gute Probe, finde ich. Und ich mag das einfach, das hält mich lebendig. Und ich mag, dass das nicht alles selbstverständlich ist und dass wir auch dabei bodenständig bleiben müssen. Unsere Serie, die Serie, habe ich gesehen, ja. Ich habe gestern noch mal die Folgen mir angeschaut, ja. Diese Serie ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Das ist mir öfter aufgefallen und ich habe das meiner Familie auch so erzählt und meinen Freunden. Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich das so ausspreche auch vor laufender Kamera. Sei es aufgrund der Kostüme, sei es aufgrund der Regieführung oder die fabelhaften Schauspieler, die wir haben. Das unfassbar gute Drehbuch, das sind alles so Zutaten, die das wahnsinnig spannend machen für mich. Und es ist magisch, dieses Projekt ist einfach magisch und es hat eine ganz eigene Welt kreiert, die, finde ich, unfassbar selbstbewusst daherkommt und sich hinstellt, genauso wie es unsere Kaiserin auch tut. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Vielen Dank.